Justin und Pietro warten auf Adrian, der sich auf dem Weg zum Training geprügelt hat. Lautstark diskutieren sie vor dem Stadion, was dem Trainer nicht gefällt. Deshalb schickt er sie für diesen Tag nach Hause. Ein wichtiges Spiel Alle entschuldigten sich für ihr schlechtes Verhalten und durften an diesem Tag teilnehmen. Am Anfang ging alles gut, bis Justin sich verletzte. Trotzdem siegte die Mannschaft. Zur Feier des Tages wurde eine coole Hip-Hop-Party gefeiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.